dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, das heißt nicht mehr katholisch sein, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Diese Leute haben sich bekehrt von Götzen zu dem lebendigen Gott. Sie haben Buße getan, von falscher Religion zu richtiger Religion. Und viele Leute verstehen, die Buße tun falsch, oder? Ja, sie haben eine katholische Vorstellung, das heißt zum Priester zu gehen, seine Sünden zu bekennen oder irgendwie sein Leben zu ändern, Tu Buße im Sinne von Hör drauf zu rauchen, Hör drauf zu trinken, dann kannst du in den Himmel kommen. Aber in Jona 3, Vers 10 heißt es ja, und Gott sagt ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Also Gott sagt eben, dass es Werke sind, wenn wir von Sünden umkehren. Also Buße tun hat nichts mit Sünden automatisch zu tun. Ja, und alle Leute wissen, dass es viel Arbeit ist, von all deinen Sünden sich zu bekehren, oder? Das ist nicht einfach, das ist nicht leicht. Ja, und wenn wir es tun müssen, um gerettet zu werden, von wie viel Sünden muss ich dann umkehren? Niemand hat sich von allen seinen Sünden umgekehrt, oder? Richtig. Das ist unmöglich für uns als Männer, weil wir werden nie vollkommen sein. Das ist leider so, ja. Es ist nicht möglich für sündliche Leute, alle die Gebote des Bibels vollkommen zu machen, oder? Ja, aber was wir hier eben sehen, ist eine Definition von Buße tun. Wird eben im Kontext definiert, was damit hier gemeint ist, oder beziehungsweise von diesem Bekehren, Umkehren. Wird eben Buße tun von falschen Göttern zum richtigen Gott. Also ich lasse meine falschen Götter, ich lasse meine Götze und kehre um zum wahren Gott. Und in dieser Schlachterbibel, die wir lesen, in Markus Kapitel 1, Jesus sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und in den Notizen, an der gleichen Seite hier, das heißt, kehrt von Herzen um zu Gott. Aber viele Leute, sie glauben, dass Buße tun heißt, in die katholische Kirche zu gehen und mit dem Priester zu reden, oder was? Das zum Beispiel, aber was ich in dem Kontext von dem Vers auch gehört habe, ist, ja siehst du, Glaube geht ja damit einher, sein Leben zu ändern. Und sie lesen das da einfach rein? Ja, aber er sagt einfach, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Diese Leute glauben nicht an das Evangelium. Er sagt zu ihnen, dass etwas ändern muss, etwas wechseln muss, dass sie, sie müssen Buße tun, sie müssen sich bekehren, umkehren, sich umkehren. Bekehren, umkehren von ihren Sünden, ja. Also nicht von ihren Sünden. Was sagst du? Von ihren Fehlern an das Glaube, oder? Ja, sie haben nicht geglaubt, jetzt kehrt um und glaubt an das, was ihr vorher nicht geglaubt habt, an das Evangelium. Und wenn man bedenkt, dass Jesus hier natürlich hauptsächlich zu Juden gepredigt hat, das war das Volk, das eigentlich mal an den richtigen Gott geglaubt hat. Aber sie haben nicht mehr geglaubt. Deswegen für sie war es besonders wichtig, eben umzukehren, weil sie eben umgekehrt sind zu dem Gott, an dem das Volk eigentlich schon mal geglaubt hat. Und das ist wichtig zu verstehen, weil Leute, die zum Beispiel Hindus sind, sie können nicht Hindus und Christen zur gleichen Zeit sein. Man kann nicht ein Hindu und ein Christ sein, man muss wählen. Und manchmal, die Hindus, sie glauben an so viele Götter schon, sie glauben, dass sie einfach eins addieren können. Sie sind Hindus und auch glauben sie an Jesus. Das ist nicht möglich, weil man muss Buße tun, man muss sich umkehren von Götzen zu dem lebendigen Gott.